WAGO zählt zu den international wichtigsten Anbietern elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik. In der Federklemmtechnik ist WAGO Weltmarktführer. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit mehr als 8500 Mitarbeiter und 500 davon in Don Didier im Kanton Fribourg. WAGO wurde 1951 in Minden, Deutschland ins Leben gerufen. WAGO Contact SA in Don Didier wurde 1977 gegründet und ist somit seit mehr als 40 Jahren in der Schweiz vertreten. Unsere Vision ist es, überall auf der Welt Geräte und Anlagen absolut sicher und zuverlässig zu machen. Und zwar unabhängig vom Bediener. Deshalb investieren wir fortlaufend in die Entwicklung neuer Produkte. Anhand der Leiterplattenklemme 2060 zeigen wir nun auf, wie viele verschiedene Abteilungen bei WAGO unter einem Dach zusammenarbeiten. Nur durch gute Teamarbeit entsteht ein weltweit einwandfrei funktionierendes Produkt, welches zufriedene Kunden garantiert. Das schweizweite Verkaufsteam besteht aus Außen- und Innendienstmitarbeitern. Sucht, informiert und überzeugt zusammen mit der Marketingabteilung Kunden. Der Wareneinkauf organisiert die benötigten Materialien, welche in der Produktion weiterverarbeitet werden. Die Mechanik fertigt die entsprechenden Bauteile anhand der Zeichnung aus der Konstruktion. Die Stanzerei und die Spritzerei stellen die einzelnen Bauteile her, welche in der Automaten- oder Handmontage vereint werden. Die Qualitätskontrolle kontrolliert die Leiterplattenklemme und gibt die Freigabe. Anschließend versendet die Logistik das fertige Produkt an den Kunden oder lagert dieses ein. Tauchen beim Kunden Nachgehalt des Produkts Fragen auf? Hilft der technische Support, bis alles einwandfrei funktioniert? Damit diese ganzen Prozesse möglichst effizient ablaufen, benötigt es eine gute Planung und eine gut funktionierende IT-Infrastruktur. Der gesamte Geldfluss wird von der Buchhaltung geregelt, während die Personalabteilung die passenden Personen für die verschiedenen Abteilungen auswählt. Für das leibliche Wohl sorgt das firmeninterne Restaurant, wo sich die Personen aus allen Abteilungen während den Pausen treffen. Die Herstellung der Leiterplattenklemme 2060 ist also das Ergebnis einer langen und engen Zusammenarbeit unserer diversen Fachbereichen. Je besser diese Zusammenarbeit, desto besser die Produkte und desto höher die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Vago. One Team.